Musik Ja, servus Leute bei Bassis 2 Red Kanal. Ich begrüße euch mal wieder ganz herzlich zu einem kleinen Video, besser gesagt zu einem ganz anderen Video. Es geht heute um einen Weihnachtskalender, den wo ich euch im Oktober schon mal vorstellen möchte. Ich habe mir überlegt, was ich noch mit dem Kanal so ein bisschen mache. Ich möchte wieder ein wenig aktiver werden und ich habe mir gedacht, wir machen einen Weihnachtskalender zum Dezember und machen jeden Tag ein Türchen zusammen auf und da habe ich mir gedacht, wenn es ja auch ein Rollerkanal ist, was machen wir? Wir machen die Vespa. Eine Vespa 150 von dem Jahr 1965, wenn ich richtig liege. Und haben mir einfach gedacht, ist eine coole Sache. Den möchte ich jetzt einfach schon mal zeigen, was euch so erwartet im Dezember. Wir machen hier auch mal ganz kurz auf. Ich möchte noch nicht zu viel verraten. Da ist das Buch dazu. Das lasse ich jetzt aber noch zu. Da sind dann die ganzen Felder zum Öffnen. Und ja, ich hoffe, ihr habt da Spaß daran. Und ich habe es auf jeden Fall. Ich freue mich darauf auch schon. Und ja, das wollte ich euch einfach mal zeigen. Und das ist ein Adventskalender auch mit Soundmodul. Ja, das Teil kostet fast 60 Euro. Und ja, ich hoffe, ich habe da jetzt keinen Fehlkauf gemacht. Aber ich probiere es einfach mal aus und wird bestimmt cool. Und was ich noch sagen wollte, es werden jetzt auf jeden Fall mal wieder ein bisschen mehr Videos kommen. Ich habe demnächst eventuell so ein bisschen was zum Bauen. Und auch wieder ein bisschen Wartung wegen dem Winter. Wie man den Roller winterfest macht und sowas. Ja, da könnt ihr schon mal gespannt drauf sein. Dann würde ich sagen, das war so ein kleines Informationsvideo. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wünsche euch noch einen schönen Abend bei Barstis 2 Red Kanal. Servus!